Ich war jetzt im Aldi Wasser einkaufen, bin dort mit meinem Einkaufswagen, lauf so durch und ein Typ hat mich dort erkannt. Ich lauf durch, der so, stopp! Äh, Sam? Und ich sag, hey Bruder, alles gut? Ja, mein Aldi, Killer, Alter! Was ist egal, ich schwöre, ich war bei deiner Show zweimal, was machst du hier? Äh, Wasser kaufen? Im Aldi? Weißt du, er hat gedacht, ich geh in so Feinkostläden und trinke nur so Fidji-Wasser. Dann hab ich zu ihm gesagt, so Bruder, was soll ich sonst Wasser kaufen? Ich kauf immer im Aldi ein und der dann so, versteckte Kamera, du Bastard, gell? Und dann hab ich zu ihm gesagt, Bruder, du hast mich erwischt. Es ist so, hier im Aldi gibt's auch einen VIP-Bereich. Da gehen wir Reichen einkaufen. An der Brotmaschine gibt's einen Knopf, wenn ich da drauf drück, dann geht die Brotmaschine auf. Und dahinter warten 20 Bitches so. Buh, 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 Buh.